Ich bin gerade einkaufen gewesen und ich dachte, ich zeige euch mal, was so in den Einkaufswagen kommt. In der Offseason. In der Offseason. Wenn alles erlaubt ist, wenn man alles in sich rein stopfen kann, was man möchte. Aber, oh Gott, jetzt war ja Ostern und dementsprechend alles zu, das heißt, es ist so einiges in den Einkaufswagen gekommen, das jetzt nicht mehr im Kühlschrank war. Denn, ich kann euch mal den Kühlschrank zeigen, der sah so aus, beziehungsweise so leer ist er gar nicht. Also, es könnte schon mal sein. Aber, ja, wir haben hier auf jeden Fall nur noch ein paar Eier, ein paar Tometchen, Erdnussbutter. Ja, und ein bisschen Quark, ein paar Gürtchen und ein bisschen Milch und Co. Natürlich hat man auch noch mal das ein oder andere im Vorratsschrank. Das sowieso. Aber, better safe than sorry, ne? So, von daher, schauen wir mal, was hier so drin ist. Die liebe ich, ja? Ja, also Exquisa Fitline ist ja, ist ja des Bodybuilders Dream, weil super cremig, die ganzen, was sind das, ähm, Stabilisatoren oder so, die machen das schön, schön so cremig. Und, äh, Johannesbrotkernmehl, Guarkernmehl, Karagén, beste. Dann ein bisschen Quecksilber auf die Hand. Drei Dosen waren im Angebot und passen immer hervorragend in, äh, meinen Rahmen. Magerquark, Körniger Frischkäse, zwei Kilo Galaäpfel, weil Gala, Royale, bester Apfel überhaupt. Ich versuche gar nicht, überhaupt irgendwas anderes zu sagen. Drei, ähm, Fläubchen. Und, dann, last but not least, hier vorne Brokkoli, auch für Rahmen, sehr, sehr nice, kurz in die Mikrowelle. Ein paar Mikros tanken, Bio-Karotten, zum Snacken und dann ebenfalls fürs Abendessen ein paar Edamame. Wie gestern, oder im letzten Blog schon angesprochen, sehr praktisch für, ja, alles ums bisschen mit, bisschen Greens, bisschen, bisschen fürs Auge und, äh, paar Proteins, äh, dazu zu stecken. Noch eine Paprika, drei davon, Benähnchen, nur Fresh aus dem Schrank, ich kenne ein bisschen Scheid. Und, äh, ein bisschen, äh, ein paar Frühlingszwiebel. Und, äh, so sieht das Ganze dann hier aus. Natürlich noch ein bisschen, noch ein bisschen, äh, Geschirrspül-Tabs, äh, ein paar Cereals, die habe ich noch nicht gezeigt. Die mache ich mir, glaube ich, gleich auch auf meinen, meinen Quark. Und ansonsten, ja, gibt es jetzt erst mal Frühstück, denn ich, äh, bin gerade, nach den ersten Feedbacks und WhatsApp-Nachrichten, ähm, direkt zum Einkaufen gefahren. Und, äh, oder zu Gefahren gelaufen, hat es selbst gemacht. Jetzt gibt es erst mal Frühstück. Waschmaschine läuft auch schon. Also, Leute, ich sag mal so, ne, Haushalt macht sich nicht von allein und so, ne? Ach, Leute, ich freue mich jeden Morgen auf mein Frühstück. Und solange das noch so ist, glaube ich, sind wir good to go in dieser Off-Season. Und, ähm, ich würde mal sagen, das kann sich, oh, das kann sich sehen lassen. Genau. Ansonsten steht heute einiges an, ähm, Lower, äh, Lower, Pull Full Body Behinzen heute. Das wird gewogen. Und, ähm, dann wird, äh, ja, noch Client Work gemacht. Ähm, heute trudeln noch, äh, vier, fünf Check-Ins ein. Dienstag ist so ein bisschen der, der ruhige Tag unter der Woche. Und dann wird sich heute ganz, ganz viel an, ähm, ein kleines neues Produktchen, äh, für, ähm, den Pro-Ros-Shop, äh, ja, gearbeitet. Plus, ähm, ja, die Peak-Week-Planung muss so langsam angegangen werden, weil nächstes Wochenende ist schon die GmbF. Und, äh, so langsam aber sicher werden die ersten Vorbereitungen dahingehend getroffen. Ähm, und das wird spannend. Wird spannend, weil es halt auch die erste Peak-Week-Planung ist, die ich überhaupt mache. Und, ähm, da muss ich mich dann wirklich auch nochmal absprechen mit, mit dem Team. Einfach, um da auch nochmal eine zweite Meinung einzuholen, was super wichtig ist, dass man sich da auch bereit erklärt, sich einzugestehen, wann man vielleicht auch Hilfe gut gebrauchen kann. Und, ähm, auch wenn ich jetzt mittlerweile schon, ich glaube, acht Peak-Weeks hinter mir habe, ähm, und auch schon das ein oder andere Protokoll von, von Jan miterlebt habe, auch von Team-Mitgliedern aus Team-Frisse, ist, äh, es dennoch immer nochmal was anderes, wenn man das selbst von Null auf plant und da mit, mit wirklich kompetenten, sehr, sehr versierten Coaches, die schon einiges, die sind hinter sich haben, sprechen zu können. Ähm, ähm, ist super wichtig. Ähm, ähm, und hilft mir auch in der Konfidenz dessen, was ich dann letztendlich auch an meine Kunden weitergebe. Ähm, genau. Freue ich mich aber drauf, wird gut. Und, äh, ja, das, äh, steht dann, wie gesagt, heute noch an. Jetzt aber erstmal hier das wundervolle Frühstück mit, was ist hier drin? 500 Gramm Magerquark, bisschen Wasser, bisschen Salz, bisschen Süßstoff, bisschen, ähm, äh, tasty von, von Quantum Leap, das Vanille-Tasty ist so geil, ist, ist unfassbar lecker. Das Sahne, die Sahne-Variante ist noch besser im Quark, weil sie noch ein bisschen geschmacksneutraler und ein bisschen passender einfach ist. Sahne und Quark, denke ich, passt ganz gut. Und, ähm, das ist auch momentan ausverkauft gewesen. Ich muss gleich mal gucken, weil meine Monatsbestellung kann ich eigentlich auch schon machen. By the way, danke an alle, die mit meinem Code bestellt haben. Das hilft mir wirklich enorm. Äh, gibt natürlich auch Quantum Leap, die ja wirklich, wirklich, wirklich alles dafür tun, um Produkte so hochwertig wie möglich anzubieten. Wirklich nur das auf den Markt zu bringen, was Sinn macht, was, was wirklich Hand und Fuß hat. Und sich versuchen zu etablieren in der deutschsprachigen, ähm, Supplement-Branche. Und das ist schwer genug. Ihr wisst, wie es ist. Ähm, die Konkurrenz ist da. Und, ähm, ich bin so happy, Teil des Teams zu sein, weil ich die Vision dahinter auch gerade, was, ähm, die Geschäftsführung angeht, was die Mitarbeiter angeht. Und alles, was dazu gehört, einfach nur feiere. Und, ähm, das ist wirklich produkttechnisch, qualitätstechnisch das Nonplusultra, was ihr bekommen könnt in Deutschland. Und auch wenn alle bei anderen Marken bestellen vielleicht, oder viele, ihr wisst, welche Marke ich meine, ähm, ist das, ähm, ist es absolut wertvoll, auch mal über den Tellerrand hinaus zu blicken und einfach auch mal anderen Produkten, anderen Marken eine Chance zu geben. Weil preis-leistungstechnisch kriegt ihr auf jeden Fall mal das Gleiche, wenn nicht sogar noch deutlich mehr. und, ähm, da sollte man sich dann weg mit seiner Fanboy, äh, festgefangenen Ansicht, Brille, ähm, mal begeben und auch mal andere Marken ausprobieren. Und dem Ganzen eine Chance geben. So. Mh. Dementsprechend, wie gesagt, 500 Gramm Markenquark, bisschen Wasser, Süßstoff, äh, 200 Gramm Bären, eine Banane, einen Apfel und so ein paar Sini-Minis, ich glaube 15 Gramm ungefähr. Ich muss sagen, ich wiege das auch nicht alles ab. Das ist alles grob überschlagen und, ähm, hat bis jetzt auch gut geklappt. In der Off-Season ist sowas völlig in Ordnung, einen Apfel da reinzuschrecken mit 150 Gramm. Wenn der ein bisschen größer ist, ein bisschen kleiner ist, macht die 120, 125 raus. Dann so eine Tasse Bären, das kann ich auch gut abschätzen, das sind so zwischen 150 und 250 Gramm. Eine Banane ist auch, äh, meistens standardisiert groß. Und die Hälfte der Packung sind die Minis, das waren jetzt 30 Gramm in einer kleinen Packung. Das sind jetzt hier halt 15 Gramm um den dicken Dornen und dann passt das auch. Da muss man sich auch nicht verrückt machen. Meine Milch, die ich in Kaffee mache, wiege ich auch nicht ab. So, dann mache ich halt am Tag, trage ich 150ml Hafermilch ein und das kommt gut hin. Die Erfahrungswerte hat man irgendwann. Und in der Prep, in der Diät, will ich sowas niemals tun. Also, da will ich halt nichts im Zufall überlassen. Aber ob ich jetzt mal hier ein paar mehr Kalorien, da ein paar weniger im Aufbau nach 6 Monaten Off-Season esse, so what. Also, ihr wisst Bescheid. Und damit, ne, wird sich das jetzt hier genehmigt. Und ich wünsche mir das. Wir sind jetzt mittlerweile schon, ja, nach 3. Wir sind nach 3. Wir haben nach 3. Ich bin, Kopf ist leer. Und die Zeit wurde in der Zwischenzeit sehr, sehr produktiv genutzt. Zum einen wurde Wäsche gemacht. Schon die zweite Wäsche, weil ich übers Wochenende nicht da war und sich einiges angehäuft hat. Und wir haben endlich die Bilder an der Wand. Und zwar, ja, mit ein paar Kratzern und noch ein bisschen Staub dran. Aber immerhin sind sie jetzt mal hier halbwegs gerade. Mit meiner krassen handwerklichen Fähigkeit sind sie an der Wand. Und einmal BNBF Northern, BNBF Germany, dann die sagenumwogene, ultrabeschissene Europameisterschaft der GNBF, der INBA. Dann hier einmal die Evo Classic. Und ich glaube, das werde ich hier stehen lassen, einfach weil es so schön hier reinpasst, die BNBF UK. Hey, der tollste Wettkampf, auf dem ich hier war. Diese Medaillen sind auch so nice einfach. Ich würde niemals irgendwas gegen diese Erinnerung eintauschen. Erinnerungen sind halt doch einfach das absolut Schönste. Und dann, perfekt, fast das Club-Display hier abgehauen, haben wir die Zeit noch mit Peak Week Planning und einem Show Day Plan, Planner, dem Erstellen eines Show Day Planners verbracht, eines Show Day Protokolls. Und ja, hier könnt ihr sehen, wie das Ganze aussieht. Und zwar haben wir, ja, hier Amins Show Day Plan, beziehungsweise Planner, da ist noch nichts hinterlegt. Aber ihr seht hier zum Beispiel den Tagesablauf. Ich werde dir dann alles einklappen, was nicht relevant ist. Aber hier seht ihr wirklich von morgens 3 Uhr, je nachdem, wann derjenige Athlet dran ist, bis, ja, in die Nacht um halb eins. Es soll auch vorkommen, dass Wettkämpfe so lange dauern oder Show Days so lange dauern. Hier die Zeit bis zum Showing. Und das wird dann einfach je Athlet und je Show angepasst. Und die Meals, wann welches Meal zu essen ist oder generell wann Nahrungsaufnahme erfolgt. Und die To-Dos, wie zum Beispiel Pump Up, wie Bilder schicken, wie, I don't know, Tanning, wie was auch immer. Und hier ein paar Infos plus die gesamten Makros an dem jeweiligen Tag, wenn das Ganze hier mal scharf stellen würde. Genau. Und so sieht dann dieser Show Day Plan aus. Und dann befüllen wir jetzt auch so langsam das Peak Week Protokoll des jeweiligen Athleten, dass, ja, einfach zu, einfach klar ist, was zu tun ist. Und das stand jetzt an der Stelle noch an. Und jetzt geht es für mich in die Pull Full Body Session, wie angekündigt, mit einem schweren Hinge. Woche 5 mittlerweile. Und ab Freitag geht es in Woche 6, in Trainingswoche 6. Und dann, ja, neigt sich der Zyklus auch so langsam dem Ende zu, weil ich bin gut tot. Intra-Workout. Gibt es immer, und ich glaube, ihr seht mich gar nicht, weil hier so wundervolles Gegenlicht am Start ist. So, ich glaube, das ist schön, viel besser. Intra-Workout gibt es momentan, weil Off-Season und ich eigentlich nicht mehr Kohlenhydrate brauche, als über den Tag verteilt. Immer 40 Gramm Clearway von Quantum, hier in dem Fall Geschmackssorte 40. Und, ähm, ja, das ist eigentlich so, der Staple seit je und her. Je und, Leute, ich bin durch. Seit eh und je, ich glaube schon seit mehreren Jahren, habe ich immer einen Clearway einfach im Training. Einfach, weil es die etwas leckere Alternative zu Wasser ist und ich so einfach nochmal ein zusätzliches, ausreichend großes Protein-Serving reinbekomme. Und, wie ich dann auch eine Möglichkeit habe, mein Creatin gleich mit reinzugeben. Und, by the way, ich muss unbedingt wieder Creatin bestellen. 10 Gramm vom ganz normalen Creatin-Monohydrat von Quantum Leap. Und dann, weil Quantum leider kein isoliertes Citrullin hat, 10 Gramm von, kennt ihr bestimmt, von Bookstrate. Von der, ja, doch sehr bekannten Amazon-Marke. Also, die Marke gehört nicht Amazon, aber die verkaufen auf Amazon Produkte. Haben auch noch ganz andere Sachen. Ich glaube auch so Birkenzucker und, ähm, Arginin und ich glaube auch Kreatin und alle möglichen Rohstoffe, die auch im Bodybuilding dann teilweise sogar Sinn machen. Und, ähm, ja, Citrullin einfach, um die Durchblutung ein bisschen anzuregen, den Pump ein bisschen anzuregen und, ähm, ja, schmeckt auch einfach gut. Und, äh, nimmt so ein bisschen diese Süße aus dem Clearway, was eigentlich gar nicht so notwendig ist, weil das Clearway von Quantum im Vergleich zu anderen Herstellern nicht ganz so süß ist und mir sowieso entgegenkommt. Genau, und das, ihr seht, ist noch ein bisschen trüb, ist noch nicht ganz aufgelöst, aber bis ich im Gym bin, ist es das. Und für auf den Weg gibt's, äh, gleich noch einen Apfel, wundervoller Apfel. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Gym. Freu mich drauf, wird ne hoffentlich gute Session. Ah ja, und wichtig, natürlich gibt's auch noch ein Wegmonster, weil es gab ja heute erst zwei große Tassen Kaffee und ein Monster, also unter zwei geht hier sowieso gar nix, ne? Wissens Bescheid. I don't know, ob das hier mit dem Ton so klappt, wie ich mir das vorstelle, aber wir fangen jetzt hier an mit vier Sätzen Y-Raises, die ich erst letztens ausgetauscht hab gegen, äh, die, ähm, das Seitheben hab ich erst letztens ausgetauscht, also das, äh, unilaterale Seitheben. Oder ich weiß nicht, ne, es waren unilaterale Y-Raises im Stehen, so rum. Und, äh, die hab ich rausgenommen, im Trade-off gegen, äh, äh, eben diese bilaterale liegende Variation, weil, ähm, Zeit-Effizienz. Und, äh, das Setup hier funktioniert hervorragend an der V-Station. Wichtig, äh, vorher erst mal euer U-Bart zu machen, sonst wird das schwierig mit den Fußschlaufen, was es ja eigentlich ist. Das sind ja eigentlich Fußschlaufen. Und, äh, ja, dann müsst ihr euch nur noch hinlegen, den Kabelzug auf die richtige Höhe einstellen. Und dann könnt ihr das wundervoll bilateral machen, Sparzeit, habt ein super stabiles Setup im Liegen, was nochmal eine Nummer stabiler ist als im Stehen meiner Meinung nach. Und, äh, habt eine wundervolle Übung für den Side-Turt. Und das werden wir jetzt hier mal machen und mal schauen. Das Einzige, was ein bisschen nervig ist, ist, dass sich hier die Kabel immer vorne berühren. Deswegen bietet es sich an, die Schlaufe einmal etwas höher und einmal etwas niedriger zu positionieren. Und jetzt, äh, halte ich meine Fresse, weil, jetzt ist nicht mehr so viel mitreden. Und jetzt, äh, halte ich mich noch mal berühren. Wir sind jetzt, wie gesagt, in der Woche Woche 5, im Ende der Woche 5, dieses dritten Off-Season-Zyklus, ich habe ja schon drei Zyklen, drei volle Zyklen in der Box, das ist kaum zu glauben. Ja, wir haben das Empfang mit vier Sätzen Y-Raises, danach geht's an Pulldowns, nee, doch an Pulldowns, also Signal-Arm-Pulldowns. Dann haben wir zwei Sätze lying backwards, oder drei, zum Schauen, und dann geht's ans Hinschen. Heute wird wieder nach den Sternen gegriffen, denn der All-Time-PR ist in greifbarer Nähe. Ich muss mal gucken, was heute eigentlich ansteht, aber das sind auf jeden Fall über 205 Kilo. Das ist schon viel für mich, schon ordentlich. Also, so stark war ich noch nie, glaube ich, im Heben. Und das Geiste in dem Hut, würde ich sagen. Oder bis mein Rücken bricht. So wie so ein Streichhaut zum zweiten, zwei Trennen. So wie so ein Streichhaut zum zweiten, anfängdem ich hier. So wie es so macht mir ist, wie sichauthierlichschool Zum am Trennenberg abs bereimesm. Natürlich wird auf das W七. Vielen Dank. Ah! 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 Yes! Jetzt liebe ich den Shit. Jetzt einfach so einfach ist hier noch eine Wrap rauszubreiten. So dankbar. Als nächstes geht's, wir hatten die Kündigung von den Pull-Oms hier. Ich mach die Geschichte sehr sehr gerne im Sitzen auf dem Boden. Einfach weil ich so deutlich mehr Stabilität habe, näher beim Kabelzug bin und mein Oberkörper auch noch grader alignt mit dem Kabelzug ausrichten kann. Und ich sag's euch, wenn ihr das einmal probiert habt, wollt ihr nicht mehr zurück. Okay. 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 Ich hab' den Zustand. Jetzt ist es leider 17 Uhr, 17.30 Uhr und jetzt kommen natürlich alle Leute in Arbeit. Ich hab' das gedacht. Wie gesagt, so viel. Hier werden noch mal ein paar Leute durch den Kern laufen. Und die Chance, dass sich jemand beschwert und auch bei soliden 40 bis 50 Prozent. Deswegen mal schön. Ich hab' den Kopfhörer raus, ich merk schon jetzt, wie sie locker werden. nicht mehr durch den Kopfhörer raus kann. Ich hab' den Kopfhörer raus können. Ah, okay. So, dann wollen wir mal anheben, aber erstmal müssen Gewichte zusammengesucht werden. Aber mit dem Bumperplates hier werde ich selbst kein Audi-L machen. Schauen wir mal, was wird. Und erstmal Warm-up. 60, 100, 140, 180, 200 und dann an den Arbeitssatz. Ja, hilft ja nichts, weitermachen. Wird eine spannende Nummer. Ja, eigentlich müsste ich leistungstechnisch noch gut am Start sein. Aber man weiß nie. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Nach dem Wochenende und dem Schlaf nehme ich alles, was halbwegs leistungserhaltend ist am Ende. Deswegen sind die Erwartungen jetzt nicht allzu hoch. Was aber manchmal auch dazu führt, dass man einfach in den Besatz geht und dann auch eine gute Leistung bringen kann. Also, wir werden sehen. Wir liegen jetzt in dem ersten Warm-up-Satz. Schauen wir mal in dem letzten Warm-up-Satz. Schauen wir mal, wie sich die 200 hier bewegen. Und so, ja. Dann gucken wir mal. 200 sind heute. 8 wären nice. 7 nehmen wir natürlich auch. Und, ja. Mehr als Problem. Können wir uns nicht. Was nicht bedeutet, dass ich nicht vollgas nehme. Ganz acht Sätze hier gemeint aufzulegen hier zum Zyklus. Also, let's go. aus. Los geht's! Was ist das? Oh, 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 oh. Es zerreißt dich in der Mitte, es zerreißt dich einfach in der Mitte. Ich habe natürlich vergessen, eine Klammer drauf zu machen. Also technisch gesehen war es gar kein PR. Jesus. 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 Oh Jesus Christ. Ich komme langsam zu einem Punkt, wo wieder der Rücken so ein bisschen der limitierende Faktor wird. Und das ist nicht gerade schön. Ich dachte wirklich, ich packe es nicht am Ende. Ich dachte wirklich, ich packe es nicht. Immerhin Match-Raps, dafür 2,5 Kilo mehr im Topsatz. Bei gleicher Wiederholungsanzahl. Overall Progress plus die Pausen waren durchaus akkurat. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Wobei, ob sie akkurat waren oder nicht, sehe ich dann auch immer erst im Videoschnitt. Naja. Hauptarbeit ist in the books. Jetzt gibt es ein bisschen Rudern. Und ich glaube ein paar Upper-Back-Pulldowns plus ein bisschen was an der T-Bar. Dann ein paar Hammer-Curls und dann gehen wir mal nach Hause. Ich bin so fertig mit der Welt. Hui. Aber macht Spaß. Noch macht Spaß. Einmal heben haben wir noch vor den Wettkämpfen. Höchstwahrscheinlich. Ja, nächste Woche Dienstag. Und dann werden wahrscheinlich die 210 fliegen. Das ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Bei dem Körpergewicht. Zwei Sitze Close Group Rows. Tatsächlich schon mit 173 Kilo. Eine kurze Pause im Umkehrpunkt vorne. Und ja, mal sehen was wird. Letztes Mal die Rap Range voll gemacht. Und es diesmal neun oder zehn Raps werden, völlig in Ordnung. Wichtig hier, Oberkörper aufdurchlassen. Schulterblätter neutral. 軟al. Und zu Hüfte zu. Untertitelung des ZDF, 2020 Ziehen wir das als 10? Ich weiß nicht. 9,5 geb ich mir. Der Upper-Back-Pulldown hier ist halt wirklich eine Übung, die so undankbar ist am Ende vom Training, weil gefühlt kein Progress mehr geht, aber gar nichts. Und der Oberrücken von den RDLs einfach schon so fried ist, dass man es eigentlich komplett vergessen kann. Aber ey, wir probieren es jede Woche. 13 wurden es in der letzten und jetzt schauen wir mal, was wird. Das war's. Ja, und 13 sind es diese Woche. Was willst du machen? Aber solide und produktiv. Mein Rücken fühlt sich ziemlich matschig an. Aber keine Anzeichen von Schwäche vortäuschen, sondern rein da in die letzten beiden Sätze. Und mal gucken, was wird, was geht. Schauen wir mal. Ja. 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 Nee. Die hätte ich irgendwie noch hochgerissen, aber das wäre nichts mehr gewesen. Ja, plus minus null. Ja, plus null. Jesus Christ, ich bin einfach immer so done. Jetzt noch ein paar Mal Curls und dann war es das auch für heute. Frohe Essen. Ich fühle mich wie der letzte Mensch. Wer hätte es gedacht? Naja, jetzt gibt es erstmal 65 Gramm Tasty Whey in der Geschmacksrichtung Haselnuss Krokant. Auch eine neue Sorte. Auch eine neue Sorte von Quantum. Habe ich noch nicht probiert. Wir machen jetzt mal den Geschmackstest und dann geht es noch an ein, zwei Check-Ins, bevor dann auch das Abendessen ansteht. Denn wir haben schon halb acht. Ich habe es einfach nicht früher ins Stream geschafft. Und wenn ich filme, dann dauert eh alles immer doppelt so lang. Deswegen mal probieren. Das ist nicht so schlecht. Ich muss sagen, so Schokogeschmäcker und Haselnuss Krokant geht ja in die Richtung. So ein bisschen Nutella mäßig sind oft nicht ganz meins. Ich gucke mal in dieses Display hier, aber ich gucke eigentlich nicht. Ich kann probieren. Ähm, aber kann man machen. So Vanille-Geschmäcker, wie so, also so, ich sag mal, eher süße, neutrale Geschmäcker sind eher mein Geschmack. Heißt so Eierlikör zum Beispiel, was ihr gesehen habt, war sehr, sehr lecker. Butterkeks, Vanille, so Geschichten. Aber das kann auch was. Ja, die Dose wird auf jeden Fall leer gemacht und nicht an meinen Dad verschenkt, wie letztes Mal. Ich habe meinem Dad zwei Dosen mitgegeben. Ähm, ja, dass er auch mal ein bisschen im Geschmack kommt von, von dem leckersten Proteinpulver auf dem Markt. So, wer hätte es gedacht, es gibt natürlich wieder Basic, das Basic Meal überhaupt momentan. und zwar meinen liebten Ramen, mit diesem Brokkoli sogar und zwei Eiern wieder, bisschen Thunfisch, bisschen Käse. Käse ist, glaube ich, ein Verbrechen im Rahmen, aber äh, ich mag's. Weiß nicht, macht das Ganze nochmal so ein bisschen reichhaltiger. Könnte sein, dass der Brokkoli noch ein bisschen gefroren war. Naja. Ist ja auch noch schön, alle Nährstoffe enthalten, ist auch was Gutes. Ja, und das war eigentlich heute auch schon der Tag, viel Arbeit, viel vor dem Rechner sitzen. Das Training hat mich auseinandergenommen und man darf nicht unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, Videos zu drehen, allein so einen Blog zu machen. Also ich hab da, das ist extrem heftig, ich, also, das hab ich mich eh schon immer gefragt und das ist wirklich, also wirklich Wahnsinn. Wie Chris es schafft, so viel Content, so viel, so viele Insta-Stories, so viel Leistung in allen Bereichen zu bringen, also Christian Quest, das ist extrem, also das ist Wahnsinn, das ist geistesgestört, dieser Mann hat einfach die Arbeitsmoral von 10, also das ist krank. Und so seinen Tag zu managen, dass man alles unterkriegt, was man sich vornimmt, und bei dem Pensum, da muss halt alles stimmen, da ist kein Raum für Dinge, die nicht geplant sind, da ist kein Raum für Check-Ins, die 20 Minuten lang sind, da ist kein Raum für unnötige Diskussionen, da ist kein Raum für, weiß ich nicht, andere Hobbys noch, da ist halt einfach Arbeit, Training, Schlafen und Beziehung. Und das ist auch das, was mich glücklich macht, aber trotzdem zu sehen, wie Cass dedicated er ist, das ist schon sehr beeindruckend und auch ein Vorbild, ja. Und deswegen bin ich auch so dankbar, mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen, weil, wie man so schön sagt, man ist die Summe aus den Menschen, aus den 5 oder 7 Menschen, mit denen man sich umgibt. Und ja, so ein Team im Hintergrund zu haben, mit allen Beteiligten, allen voraus natürlich, Chris in dem Fall, ist super wertvoll. Super, super wertvoll und ja, sehr dankbar dafür. Gut, Leute, ich genehmige mir jetzt hier in Ruhe diesen Brokkoli. Herr Frühlingsteameln sind heute auch mit dabei. Ich war voll ein Genie Flake. Wie ihr gesehen habt, war ich ja vorher einkaufen. Boah, das war böse gerade. Und das macht viel aus. Das macht einen großen geschmacklichen Unterschied. Alright. Ja. Hier ist er einfach. Ich wünsche euch was. Und mal gucken, wann wir uns wiedersehen, weil diese Woche wird es der arbeitsintensiv. Vielleicht gibt es das ein oder andere Video hier im One-Take-Format. Das müssen wir mal gucken. Aber Content wird es geben. Das kann ich euch versprechen. Der nächste Wochenende ist die Newcomer-Meisterschaft und damit die erste Show. Und da wird auf jeden Fall einiges kommen. Ich freue mich so sehr drauf. Das wird wirklich richtig gut. Also Leute, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank.